So, da habe ich hier meinen Toaster. Da ist er. Und wenn ich den Toaster umdrehe, dann gibt es diese Informationen, ich solle nicht in Wasser tauchen. Okay, das wusste ich schon. Was mich jetzt mehr interessiert, ist das hier. Also was da alles steht, ich darf den mit verschiedenen Spannungen betreiben. 220 bis 240 Volt. Ich habe hier in München 230 Volt. Ich habe dann verschiedene Leistungen. Vermutlich ist es, wenn die Spannung in der Mitte liegt, ist die Leistung auch grob so irgendwas mit 1500 Watt. Und das ist viel, das sollte man wissen. Hier die Hertz, das ist die Wechselspannung. 50 mal wechselt das pro Sekunde. Das scheint ihm, das hätte er so gerne. Und jetzt könnte ich noch zum Beispiel berechnen mit P ist Spannung mal Stromstärke, könnte ich die Stromstärke berechnen. I ist also die Leistung durch die Spannung, 1500 durch 230. Und da kommt so 6,5 Ampere raus. Also was man wissen sollte, der 1500 ist von allen Geräten, die man im Haushalt hat, eines der Geräte, die wirklich sehr viel verbraucht. Aber er läuft ja nur kurz. Anders wie so ein Licht, das da stundenlang läuft, tostet er nur mal so kurz. Und 6,5 Ampere ist auch sehr viel. Also irgendwelche kleineren Radiogeräte, Lichter haben wesentlich, wesentlich weniger. Aber wir heizen ja mit dem Toaster nicht die Wohnung stundenlang, sondern wir tosten nur kurz.